Guten Morgen, hier sind wir wieder. Es ist Freitag und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu den Ideen, dem Ausblick, den Edukationen, also zu unserem Freitagswebinar. Ich freue mich hier und heute Sie wieder begleiten zu dürfen in den Handelstag hinein und ein bisschen Edukation zu machen und die Wochenvorschau, also die Dinge zu besprechen, die auf uns warten. Guten Morgen, Alexander, guten Morgen und auch wieder meine Einladung an dieser Stelle, wenn der ein oder andere oder die eine oder die andere hier im Webinar direkt eine Frage hat, einen Wunschmarkt analysieren möchte, einfach hier auf Facebook im Chat die Frage stellen oder den Wunschmarkt reinlegen und dann kümmern wir uns auch direkt drum. Ja, bevor wir mit dem Webinar loslegen, gibt es wie immer den obligatorischen Risikohinweis. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren ihr investiertes Kapital zu verlieren. Ja, wie jeden Tag. Oh Wunder, Kapitalmarkthandel kann mal im Minus enden. Ja, das gehört dazu. Das ist der Alltag eines Traders. Ich kann das selber auch sagen. Die Minustrades, die sind mehr die Regel als die Ausnahme im normalen Fall. Aber, ja, es kommt halt immer drauf an, wenn man die Verluste klein genug hält, dann passt das schon. Das ist ja auch der Grund, weshalb man sich als Händler in den Job gut einarbeiten muss und der Job doch sehr, sehr, sehr schwer ist gerade am Anfang. Aber, ähm, das sind Teile für die edukativen Parts. Trading macht Spaß, deshalb mache ich das auch. Gestern war auch ein total genialer Tag wieder. Der fing wunderbar an, hat auch wunderbar geendet. Also, alles schick von der Seite her. Drum schauen wir gleich in die Themen von heute und dann gehen wir in die Charts. Das heißt hier, die Handelsideen kommen natürlich zuerst. Danach machen wir den Wochenausblick und schauen, was kann denn die Märkte von der Nachrichtenseite her in der nächsten Woche bewegen. Planen das Ganze also schon ein bisschen im Vorlauf. Danach analysieren wir wieder die großen Wunschmärkte. Und, oh, ich sehe gerade, wir machen ja natürlich heute nicht hier die Hammerkerzen, sondern wir machen etwas anderes. Wir blicken einfach mal in die Psyche hinein. Das heißt hier, Psychologie ist heute an Bord. Und wir sprechen hier einfach mal über das Thema Gier, Panik und Angst in der jetzigen Situation. Und schauen einfach mal, wie uns diese Dinge leiten, wie sie uns zuckersüße Fallen stellen, um uns in den Markt zu locken. Um dann zu sagen, Adios, danke, dass ich an dich verkaufen durfte. Ich gehe jetzt mal nach Hause. Und dann dreht der Markt wieder rum. Das passiert vielen Tradern jetzt. Ich weiß das, weil ich habe einige Trader jetzt sehr nah auch im Kontakt, die sich sagen, Mensch, wir kommen mit der Marktlage so schwierig, so recht, das ist alles nicht so einfach. Heute gucken wir einfach mal drauf, was hier oben, hier in unserem Kopf dafür verantwortlich ist, dass das genau so ist. Und dann schauen wir auch mal, wie wir das Ganze auch mit ändern können, wenn wir das wollen. Das kann nämlich jeder. Ich habe es auch geschafft. Und wenn ich das geschafft habe, dann können wir das auch hinbekommen. Also dann rein in die Handelsideen. Vielleicht hat der ein oder andere den Blog schon gelesen. Heute geht es um Gold. Wir haben Euro, Can-Dollar auf der Uhr und US-Dollar, chinesische Yuan. China, USA ist ja gerade wieder. Handelsstreit und so weiter und so fort. Das sind ja richtig große Themen, die die Märkte bewegen. Und das bewegt halt auch so ein bisschen die Währung. Und die Währung ist in einer interessanten Ausgangsstellung für möglicherweise weitere gute Gewinne. Und die schauen wir uns einfach mal an. Heißt, jetzt in die Tagesnachrichten und dann in die Charts. Was gibt es heute? Relevanz Nummer 3. 16 Uhr aus den USA. Die Verkäufe bestehender Häuser. Das wissen Sie, das ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in den USA. Und deshalb wird da auch sehr, sehr genau drauf geguckt. Was gibt es noch? Relevanz Nummer 2. Bei 15 Uhr gibt es ein FOMC-Mitglied. Das spricht, das kann auch wieder für interessante Bewegung sorgen. Was haben wir noch? Um 18 Uhr nochmal ein FOMC-Mitglied. Aber heute Abend, das ist wieder interessant für all diejenigen, die im Rohstoffsektor unterwegs sind und sich so ein bisschen an den COT-Report orientieren möchten. Es gibt wie jede Woche Freitag um 21 Uhr die sogenannten CFTC, also die COT-Reports im Bereich der spekulativen Netto-Position hier. Mal exemplarisch in den Rohstoffen S&P 500 und im Euro. Sven, einen schönen guten Morgen. Damit von den Nachrichten in die Charts. Wir fangen an. Was haben wir zuerst drauf? Den Goldpreis. Warum den Goldpreis? Ich hatte ihn, ja gut, er steht zuerst oben drin, aber ich habe gerade damit geliebäugelt, eine Order in den Markt zu legen. Warum? Das erkläre ich Ihnen gleich. Und wie, das erkläre ich Ihnen natürlich auch gleich. Das heißt, wir haben jetzt hier mal einen Blick in den Chart vom Gold. Wir hatten das Gold vor ein paar Tagen schon mal, wo ich gesagt habe, ah, die Ausgangslage hier im Gold, die hat sich doch deutlich, deutlich geändert. Wir haben jetzt hier einen Markt, der nach oben gestiegen ist, der korrigiert hat und der dann deutlich hochgegangen ist. Das heißt, wir haben jetzt hier untergeordneten Aufwärtstrend. Das ist interessant und was jetzt in diesem Markt, an dieser Stelle sehr interessant ist, ist das, was der Markt gerade macht. Nämlich, der korrigiert nach dieser starken Aufwärtsbewegung in so einer leicht abwärtsgerichteten Trading Range. Das ist so eine leicht abwärtsgerichtete Flagge, kann man das auch nennen. Wie man das Kind nennt, ist eigentlich völlig egal. Hauptsache ist, man sieht es und das zeigt uns ja der Markt. Wir sehen hier momentan einen Markt, der so ein bisschen nach oben lupft. Das heißt, hier schön nach oben, die Konsolidierung jetzt hier in einem flachen Kanal. Was steht unten als Unterstützung? Wir haben natürlich den Lauf möglich noch nach unten auf die knapp 1212 Punkte Marke. Also hier in diesem Drehbereich, was ich hier gemacht habe. Da ist der Aufwärtstrend entstanden, hier oben in dieser Ecke. Also man kann das auch noch ein bisschen größer machen. Ich weiß gar nicht, wo war denn das Hoch hier gewesen? Für diejenigen, die es ganz genau nehmen wollen. Das Hoch war bei 1214, 31. Da also ist hier, wenn man diese Marke überschreitet, da ist der Aufwärtstrend entstanden. Das ist ein Level, das nimmt der Markt auch gerne noch einmal zum Retest. Die Korrektur könnte also hier nach unten laufen. Nächster Punkt, der nach unten noch gehen würde, ist ohne Probleme diese 1208 hier in diesem Bereich. Da ist dieser untergeordnete Aufwärtstrend entstanden. Und jetzt haben wir hier sozusagen die Korrektur dieses untergeordneten Spielchens auf der Oberseite. Hier ist natürlich wichtig, was passiert an der Stelle. Das ist mal ein Hoch, was ich gezeigt habe, ein Stundenhoch. Hier in diesem Bereich ist interessant, da schauen wir gleich mal rein. Aber was hier noch interessant ist, wenn wir mal drüber schauen, wenn der Markt es schafft, sich hier oben drüber zu etablieren, dann haben wir hier natürlich erst einmal als ersten Anlaufpunkt diese 1233 Dollar, was das Hoch dieser Bewegung hier gewesen ist. Und danach kommen schon relativ fix die Marken hier im Tagesschart bei 1235, 44 und 57. Die können wir schön aus dem Verlauf des Tagesscharts mit rausnehmen. Und das können wir dann als Trading-Ziele, wenn der Markt mittelfristig dorthin reinläuft. Gehen Sie bitte nicht davon aus, dass wenn der Markt das jetzt quasi triggert, dieses Signal nach oben, der direkt auch durchläuft. Es kann sich auch ein bisschen hinziehen. Wir kennen das vom Gold. Es kann ein bisschen lahm sein. Aber wir merken momentan, dass der Goldpreis langsam immer so dann anzieht, wenn die Aktienmärkte ein bisschen schwächeln. Das hatten wir ja lange Zeit nicht. Und das ist, sag ich mal, wenn sich das etabliert, ist das so ein kleiner Paradigmenwechsel, dass dann doch die Anleger eher wieder in Richtung sicherer Häfen schauen, wenn es mal nicht ganz so rund läuft. Und das sollten wir hier einfach auf der Uhr haben. Das heißt, wir schwingen einfach auf die Märkte, wo es läuft. Und da könnte der Goldpreis in nächster Zeit doch ein bisschen mal eine Rolle spielen. Elena, auch dabei einen schönen guten Morgen an dich. So, also das mal zum Goldpreis. Und ich habe Ihnen ja versprochen, wir schauen jetzt hier mal in die Stunde rein. Warum? Weil ich gerne, sehr, sehr, sehr gerne die Zeiteinheiten miteinander kombiniere. Weil die untergeordneten Zeiteinheiten, die zeigen uns in einer herrlichen Art und Weise, was der Markt gerade macht, wie er tickt, was man im Tag hier nicht so sieht. Also die Kombination sozusagen der untergeordneten Trendgröße. Und das ist hier in diesem Falle Tag und Stunde, weil wir das ganze Ding, diese Flagge, ja jetzt hier im Tagesbasis nicht mit einem Trend ausarbeiten können. Dann funktionieren die Flaggen häufig auch übrigens nicht ganz so gut, als wenn sie steil nach unten innerhalb so einer Tageskerzen laufen. Deswegen gucken wir mal hier rein. Und was wir brauchen ist, wir brauchen ja sozusagen einen Markt, der in der Stunde wieder nach oben läuft. Und das gucken wir und das sehen wir. Gucken Sie sich das mal an hier. Wir sind hier nah aufgelaufen, wollte ich schon sagen. Wir sind hier nach oben gelaufen. Haben hier, deswegen liegt diese Linie hier, haben hier unten bei 1229, da war das hoch, das Korrekturhoch hier dieser letzten Bewegung. Das haben wir jetzt rausgenommen. Das ist genial. So und jetzt sehen wir halt, was wir sehen müssen. Wir müssen sehen, dass wir hier oben drüber, über dieser Linie, eine Stabilisierung bekommen. Rein auf die Trendtechnik, auf die Dau-Theorie runtergebrochen. Heißt das, ich mache es mal kurz etwas kleiner, dass dieser Abwärtstrend hier gebrochen wurde und es sich ein neuer Aufwärtstrend bildet. Und den können wir dann zum Traden benutzen. Das heißt für diejenigen, die sich sagen, das ist ja echt genial, das kann man wirklich so zum Traden nutzen. Sehen Sie das jetzt bitte hier nicht als Advisory, sondern das ist einfach nur eine Art und Weise, wie ich den Markt trade. Aber wenn ich diesen Markt jetzt traden würde, dann würde ich, und sowas mache ich übrigens auch, das habe ich gestern auch im Öl gemacht, einfach jetzt hier, schauen Sie mal, einfach die Order in der Richtung hier oben drauf packen, dass wir sehen, der Markt läuft hoch. Und was hier entsprechend das Coole ist, es ist jetzt erst einmal eine Stop-Buy-Order. Schauen Sie mal, wenn wir hier unten gehen, wird aus der Stop-Buy-Order sofort eine Stop-Limit-Order. Also das ist die schöne Unterstützung hier, auch von der Software. Den legen wir einfach rein, hier oben hin und da liegt das ganze Ding jetzt. Und was auch hochinteressant ist, ist folgendes. Sie können hier ganz genau einstellen, wie Ihre Kontraktgröße ist. Wir haben jetzt hier 0,01. So, das heißt, wir haben jetzt hier sozusagen, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, von der Website, ich zeige Ihnen das mal ganz kurz, was ich damit meine, auf der Website von Tickmill, ich ruse gleich mal rüber, haben Sie die immer so ein bisschen im Kopf, die Website, da sehen Sie sehr, sehr viele interessante Informationen rund um die sehr, sehr guten Konditionen hier auch und auch die Kontenmodelle, mit denen Sie traden können. Also das Pro-Konto ist schon echt legendär, das ist total genial. Schauen Sie sich das mal bitte an. Aber was ich jetzt hier wollte, ist, wir wollten ja in die Instrumenten gucken. Hier schauen wir mal zu den Edelmetallen hin. Und bei den Edelmetallen finden wir dann das Gold, übrigens auch mit allen Kosten, die wir dazu haben. Und das ist das Interessante jetzt an dieser Stelle. Schauen Sie mal, die Lotgröße, also ein Lot sind 100 Unzen. Die kaufen Sie. Also wenn Sie jetzt eine volle Position kaufen würden, würden Sie 100 Unzen mal 1228 kaufen. Aber hier sehen wir, die Mindestkontraktgröße ist 0,01 Lot. Das heißt, hier mal zack, zack, zwei Nullen weg, können wir eine Unze kaufen. Das heißt, wir können hier auch eine sehr, sehr schöne Portfoliogestaltung machen, dass wir mehrere Kontrakte sozusagen kaufen können. Also nicht den vollen Lot beispielsweise, sondern 0,5 Lot. Oder wir kaufen einen Lot und wir können dann gestaffelt aus dem Markt rausgehen. Das sind alles Möglichkeiten, die Sie hier haben. Und das ist doch total genial. Und wenn Sie das dann reinstellen, einfach in den Markt, draufklicken auf den Markt und dann geht das Ganze hier an dieser Stelle auch mit los. Aus Advisorygründen möchte ich hier nur mal sagen, wie ich das Ganze anpacke. Ich sage Ihnen jetzt nicht, an welcher Stelle ich einsteige, wo ich meine Stopps hinlege. Das sind Dinge, die können Sie aus dem Markt auch raussehen. Wir haben das ja hier besprochen. Deswegen sind die Handelsideen ja auch da. Und wer mit sowas im Wissensbereich noch Defizite hat, Ausbildung ist in dem Moment extrem wichtig, weil das Fachwissen, das bringt Sie auch entsprechend hier an dieser Stelle voran. Und da biete ich ja auch immer wieder Leistungen an in diesem Bereich der Ausbildung. Deswegen, man muss schon wissen, wie das Ganze funktioniert, wie in jedem anderen Beruf auch. Also Gold momentan wirklich eine... Ach, ich freue mich schon drauf, wenn wir hier wirklich das Signal getriggert bekommen. Gut, also weiter hier von aller Euphorie weg. Von dem, was wir hier sehen, rein in die nächste Währung. Nächste Währung heißt, wir schauen mal in den Euro-Kan-Dollar, bevor wir dann noch den US-Dollar, chinesischer Yuan anschauen. Euro-Kan-Dollar, auch wieder ein gut gesehener Markt, den man auch gut traden kann, der auch schön trendig läuft. Und hier, ja, wir hatten das gerade das Thema ineinander laufende Trendgrößen. Hier müssen wir, ja, um die Trendgrößen zu sehen, teilweise nicht mal in den Stundenchart reinschauen. Gucken Sie mal, wir haben jetzt hier den Tagesschart abwärts gerichtet. Mit Korrekturen und Bewegen sehen wir. Jetzt haben wir hier sozusagen den großen Schub nach unten. Hier ist noch eine Untergröße, die sich reinordnet. Also das haben wir. Und was haben wir noch? Wir haben die Korrektur. Und in der Korrektur, das mache ich jetzt mal kurz etwas größer, ja, da können wir momentan sehr schön sehen, was der Markt hier macht. Schauen wir, hier habe ich mal eingezeichnet. Das ist mal der Verlauf der Stunde hier. Das ist der Stundenverlauf. Der Stundenverlauf, der ist schon wieder abwärts gerichtet. Wir hatten hier oben das Top bei 1,51294. Jetzt läuft der Markt runter. Und jetzt sehen wir hier an der Stelle, die ist halt interessant, diese Marke von 1,49539. Was macht die Marke interessant? Schauen Sie mal, wir haben hier so einen, naja, so einen leichten Boden. Und man kann jetzt hier an dieser Stelle zwei Dinge reininterpretieren. Das Erste, was man reininterpretieren kann, man kann sagen, was wollen wir? Bewegung, Korrektur, Bewegung, tiefe Korrektur ist ein Ufer-Trend, weit in der Bewegung, alles schick. Passt, wenn Sie das so lesen, richtig gelesen, alles schick. Das ist Nummer 1, Punkt, wenn Sie diesen Trend betrachten. Nummer 2, wenn wir auf diesen Trend hier gehen oder aber auch auf den da drüber, kann man sagen, so what, bitte schön. Ladies and Gentlemen, wir haben jetzt hier einen Abwärtstrend laufen und dieser Abwärtstrend läuft in die Richtung von da rein. Das heißt, von der Seite her, wenn man sich mal das Untergeordnete anschaut, hat man jetzt hier halt zwei Dinge. Nummer 1, der Tag ist in seiner Korrektur, könnte also jederzeit wieder nach oben laufen. Deswegen ist diese Marke hier so sehr, sehr wichtig in diesem Bereich. Nummer 2, die Stunde läuft schon wieder nach unten in Richtung des Tages. Das heißt, hier haben wir einen Drehpunkt und dieser Drehpunkt, den gucken wir uns jetzt mal in der Stunde an. Die Stunde zeigt uns nämlich, was hier gerade gemacht wird. Wenn wir uns die Stunde mal anschauen, dann sehen wir auch eine Situation, die nicht ganz so leicht ist, die nicht ganz so leicht zu deuten ist, weil wir hatten hier sozusagen diese Bewegung nach unten und dann dieses ewig Getingel hier hin und her. Wir hatten hier nochmal ein kleines, neueres Tief gemacht. Das heißt, der Markt ist jetzt eigentlich hier oben rausgeschoben und hier oben drüber hat der Markt dieses kleine Getingel rausgenommen. Das heißt, wenn man das mal so sieht, hier gab es nochmal Bewegung, ein leicht tieferes Tief, aber der Markt wollte nicht tiefer. Hat also deutlich wieder hochgekauft und hat dann die Situation hier gebrochen. Jetzt will er aber schon wieder runter. Das heißt, wir sind jetzt hier wirklich in einer entscheidenden Phase und hier an dieser Stelle kann halt alles passieren. Und hier ist alles auch offen für die kurzfristigen Trader als auch für die mittelfristigen Trader. Das heißt, die kurzfristigen Trader können sagen, okay, wir sind jetzt wieder hier unten in dieser Unterstützung angekommen. Hier bildet sich ein Mehrfachboden. Das sehen wir ja. Hier war der Markt schon mehrmals drin und ist immer wieder angestiegen. Es könnte also gut sein, dass wir hier wieder einen Anstieg bekommen. Und dann können wir ja aus den kleinen Zeiteinheiten hier in diese Dinge, die wir hier haben, auch mit reintreten. Ist alles legitim, funktioniert alles. Wenn die Bewegung reinkommt, passt das alles wunderbar. Das ist die eine Geschichte. Das heißt, hier, wenn der Markt hoch geht, nach oben läuft und dann sogar hier oben drüber läuft, über diese Marke hier, von, müssen wir mal kurz gucken, wo wir da sind, einen kleinen Augenblick, hier oben, da oben drüber, dann hätten wir die Situation, dass sich da untergeordnet erst einmal wieder ein Trend in Aufwärtsrichtung bildet. Das heißt, das würde dann wieder das Bild spielen, was ich gerade gezeigt habe, wo man sagt, okay, das Ding hier ist der Aufwärtstrend, der momentan im Tag tief in seiner Korrektur steht. Das wäre dann tatsächlich das Umkehrsignal, dass er nach oben will. Hat er ja gestern auch schon mal probiert, aber dann ist er wieder abverkauft. Läuft das Ganze weiter, haben wir wirklich eine Chance, hier oben ranzulaufen. An die 1,50, 5,75, beziehungsweise hier oben an die 1, was haben wir da, jetzt muss ich mal Größe machen, an die 1,51, 294. Ich rede schon wieder viel zu schnell und verschlucke mich selbst. Das heißt, das ist der Weg, den wir hier nach oben entsprechend offen haben, wenn der Markt hier unten rumdreht. Kommt der Markt aber nicht dazu, durchzuatmen, dann gucken wir in der Stunde wieder und dann verrät uns der Markt, okay, das, was wir jetzt hier sehen, das war die Korrektur dieses Laufs nach oben und dann setzt sich das Ganze nach unten fort. Was sehen wir dann im Fortgang, dann haben wir den Weg nach unten mittelfristig erst einmal hier. An dieser Stelle haben wir so einen ganz kleinen Anlaufpunkt, da ist dieser Schub hier nach oben entstanden. Das wäre das erste, das heißt, der Zielbereich hier in dem Bewegungsschub, in dem ganz kurzfristigen nach unten, da hätten wir dann 1,49, 4,1, 2. Und dann schauen wir, orientieren wir uns so ein bisschen an den Tiefs, die wir hier in diesem Trend auch sehen. Und da haben wir das nächste hier unten bei 1,48, 4, nein, entschuldigen Sie doch, 1,48, 6, 6, 2. Und dann läuft es hier runter schon in den Tagestief, wo sich der Tagestrend auch fortsetzt, bei 1,47, 6, 0, 1. Also das mal hier in diesem Währungspart die interessanten Marken. Also nach oben hin ist Potenzial, nach unten hin ist Potenzial. Es kommt jetzt wirklich darauf an, wie sich der Markt hier an dieser Schwelle entsprechend auch entscheidet und welche Richtung uns hier mit vorgegeben wird. Also das Ganze hier an dieser Stelle zum Euro-Kanadischen Dollar. Und dann gehen wir noch in eine etwas exotischere Währung, aber die möchte ich deswegen trotzdem nicht zur Seite schieben, weil es lässt uns gut zum Traden das Ganze mit benutzen. Und zwar US-Dollar, chinesischer Yuan. So, ich habe jetzt im Blog-Eintrag, habe ich für Sie den Wochenchart reingepackt. Einfach aufgrund der Tatsache, den Tag finde ich hochinteressant, das Bild ist aber in der Woche identisch. Ich habe Ihnen nur den Wochenchart reingemacht, weil wir hier das Potenzial nach oben hin noch sehen. Das heißt zum einen hier dieses Hoch, das sehen wir auch im Tagesschart, bei ungefähr 6,95, 8,50. Interessant ist halt, was wir hier noch haben, weiter zurückgeschaut, aus Ende des Jahres 2016, haben wir hier ein Hoch bei 6,98, 6,70. Das ist das Potenzial, was der Markt hier dann erstmal als Schub nach oben auch noch hat, wenn wir den nächsten Punkt anlaufen. Und dass der Markt sich auf diesen Schub jetzt vorbereitet, das sehen wir sehr, sehr schön im Tagesschart. Hier im Wochenchart habe ich es Ihnen auch schon mal angezeigt, hier das ist diese stark aufsteigende Trendlinie. Also das heißt, wir haben hier ein ansteigendes Dreieck und wenn wir uns das Ding mal im Tag anschauen, hier, das ist doch total genial. Also was wünschen wir uns als Trader mehr? Das ist ein Zeichen vom Markt, dass der Markt immer früher anfängt zu verkaufen. Wir sehen hier zwar noch nicht, dass der Markt raus will, aber wir sehen, dass diese Schwünge, die wir hier haben, die werden auch immer kleiner, immer kürzer. Guten Morgen, Ludger. Und das ist so eine Art Vorbereitung auf den Markt. Den letzten Schub nach unten, den hat man hier im Tief bei 6,90, 4, 5, 6 in diesem Bereich. Und wenn der Markt jetzt hier oben noch, sag ich mal, weiter ein bisschen rumzappelt, wäre das jetzt so ein Anlaufpunkt, ein erster Anlaufpunkt, eine erste Unterstützung, die man suchen könnte. Eine zweite Unterstützung wäre dann natürlich hier diese Trendlinie, die nach oben verlaufend ist. Das wird dann immer knapper. Aber nichtsdestotrotz, Elena ist gerade Französisch unterwegs, wie ich sehe, das ist lustig. Ich habe gestern meine Begrüßung und den Abschied von der Elena auch auf Französisch bekommen. Vielleicht lernt sie gerade eine neue Sprache. Gut, also hier zurück zum Chart. Da oben raus, wenn wir hier oben über die 6,95, 8, 5, 0 drüber gehen, das wäre das Signal, dass diese Auflösung von diesem Korrekturmuster hier reinkommt. Das heißt, der Schub nach oben und der, der gibt uns dann tatsächlich das Potenzial hier in dieses Hoch aus dem Jahr 2016 reinzulaufen, wenn wir uns da in den Wochenschart bewegen. Und das, das ist doch dann interessant, was wir hier sehen. Also diese Marke hier an dieser Stelle, das ist mal das erste Potenzial, was wir haben. Und wenn danach weiterer Schub kommt, das ist dann natürlich schön und dass sowas kommen kann, das sehen wir hier. Hier gab es so eine ähnliche Vorbereitung hier drüben, wenn wir uns das mal anschauen. Gucken Sie mal hier drüben, hier hatten wir, na, das war die falsche, hier an dieser Stelle hatten wir den Deckel drauf. Ja, ein bisschen krumm. Und unten hin hatten wir den Anstieg. Was haben wir hier? Auch genau das gleiche. Wir haben hier wieder so ein ansteigendes Dreieck gehabt. Und Sie sehen ja, was danach daraus kam. Pff, ordentlich Bewegung. So, wenn wir jetzt mal noch ein Stückchen weiter zurückgucken, sehen wir, dass hier auch andere Chartmuster in diesem Markt sehr, sehr gut funktionieren. Hier drüben ging dieser starke Aufwärtstrend los. Hier wurde das Ding gebrochen. Hier unten, schauen Sie sich das mal an. Deswegen, deswegen schaue ich mit Ihnen auch immer die Chartmuster durch. Gucken Sie mal, hier unten. Hier hat der Markt diese Hochs rausgenommen, diese Korrekturhochs. Dann gab es einen Schub, dann gab es eine Korrektur und dann, der Rest ist Geschichte. Hier oben drüber, das ist Geschichte. Päm, nach oben. Also da sehen Sie mal, wie gut das Ganze hier funktioniert. Und aus diesem Grund, warum sollen wir es nicht traden? Der Markt hat jetzt schön konsolidiert, schön korrigiert und das Ganze zeigt uns an den Ausbruch nach oben. Deswegen ist dieser Markt heute hier mit reingekommen. Und schauen Sie sich dran, denken Sie einfach mal an die technischen Sachen, die hier kommen können. Und damit ist das einfach wirklich ein brillanter Markt, den man aus Signallage her wirklich aktuell definitiv auf der Watchlist haben sollte. So, damit fertig mit den Handelsideen für heute. Wir machen weiter im Text. Und zwar, der Text geht weiter mit den Wochen Nachrichten für die Folgewoche. Was sind die wichtigsten Termine? Die wichtigsten Termine an dieser Stelle für die nächste Woche. Mittwoch geht es hier los. Wie schon gesagt, hier auch immer wieder Eurozone Deutschland und USA. Das ist der Fokus, den ich hier mal drauflege. Es gibt genügend andere Länder. Nur die Liste wird dann halt gigantisch lang. Deswegen beschränke ich mich hier ein bisschen auf Deutschland, Europa und die USA. Was haben wir nächste Woche? Mittwoch, 24. Oktober. Da geht es um 9.30 Uhr um das Thema Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland. Am Nachmittag gibt es aus den USA Thema Verkäufe in neue Häuser. Und mittwochs immer in der Regel die Rohlagerbestände. Diese Woche ja wieder einen deutlichen Zuwachs gehabt. Donnerstag gibt es in Deutschland den IFO-Geschäftsklimaindex. Dann Thema EZB ist ab 13.45 Uhr da. Also ich denke, das Thema EZB wird uns die nächste Woche doch deutlich bewegen hier. Um 14.30 Uhr gibt es dann aus den USA den Auftragseingang für langlebige Güter. Am Nachmittag dann selbstverständlich noch die Pressekonferenz. Also 13.45 Uhr gibt es das Ergebnis. Danach um 14.30 Uhr die Pressekonferenz der EZB. Sehr, sehr wichtiger Termin. Und um 16.00 Uhr schwebende Hausverkäufe hier aus den USA. Und am Freitag bekommen wir Informationen zum aktuellen Bruttoinlandsprodukt in den USA. Punkt. Das war die Vorschau. Für die nächste Woche wieder ereignisreich. Kann deutliche Bewegung hervorrufen. Kann am Anfang der Woche Langeweile geben. Wenn der Markt einfach nur wartet. Wir werden sehen, was kommt. Auf alle Fälle, die Woche ist brisant von den Themen. Und das macht es doch so spannend hier an dieser Stelle. Damit würde ich sagen rein in die Charts. Damit wir uns mal die großen Indizes hier auch anschauen können. Das heißt, ich hole gleich mal wieder hier den Metatrader 4 mit dem Stereo Trader von Tickmill aufs Bord. Damit wir das sehen können. Und wir schauen uns hier dann direkt einmal an, was aktuell. Uh, ich sehe gerade Euro, US-Dollar. Ich wollte eigentlich mit den Indizes anfangen. Aber wir gucken heute uns nochmal den Euro an. Den Euro, der ist ja unsere Leitwährung hier. Und da wird ja auch immer viel geschrieben in den Foren. Da kann man viele, viele Handelsideen reinsetzen in diesen Markt. Und, ähm, ja, viel traden. Viele kurzfristige Trades machen oder mittelfristige Trades. Wir gucken uns mal das große Bild hier an dieser Stelle an. Das große Bild ist, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Erst einmal wieder abwärts gerichtet. Also hier sehen Sie ja, was ich beim letzten Mal auch eingezeichnet habe. Hier sind wir so mit diesem Aufwärtstrend über diese Marke hier oben, über dieses Trend hoch bei, hier Trend hoch, damit meine ich das Korrekturhoch von diesem Abwärtsschub hier, bei 1,179 drüber gestupst. So, tiding, paar Mal drüber. Und danach lief der Markt gleich wieder runter. Hier, der massive Schub, der hat dann dafür gesorgt, dass dieser grüne Trend gebrochen wurde. Und dann kam, was kommen musste, eine Korrektur. So, hu, jetzt wird es schwierig an dieser Stelle. Das wird wieder tricky. Wir gucken dann nachher auch gleich mal im Bereich des edukativen Parts damit rein. Wir hatten dann hier unten die Marke, wo der Markt nicht wirklich runter wollte. Das heißt, hier unten war so ein Boden gefunden. Da wollte der Markt nicht wirklich tiefer gehen. Und das hat uns angezeigt, okay, hier könnte Korrektur kommen. Dann kam hier oben wieder Schwäche rein. Hier die Umkehrsignale. Letztes großes, deutliches Umkehrsignal hier. Diese Inverted Hammer Candle. Wann war die gewesen? Am 16.10. Und was haben wir jetzt hier, wenn wir hier wirklich drunter laufen und etablieren? Dann haben wir untergeordnet hier. Ich zeige es Ihnen relativ einfach und schnell zu sehen. Ich mache das gleich mal wieder in Rot, damit wir sehen, dass es die passende Farbe zum Kontext ist. Wir haben jetzt untergeordnet wieder einen Markt, der hier nach unten läuft. Also, wenn wir hier uns deutlich drunter etablieren, dann haben wir einen Abwärtstrend. Und Ziel, nächste Runde Marke, nicht nächste Runde Marke, nächster Schub nach unten, könnte uns dann schon tatsächlich wieder hier unten da reinführen. Hier auf diese Stelle. Muss man so ein bisschen sehen, was wir hier sehen. Vielleicht ist es auch ein bisschen Vorbereitung schon für die nächste Handelswoche auf die möglichst schlechten Nachrichten von der EZB. Wie auch immer. Das weiß ja natürlich niemand. Aber wir sehen, was der Markt momentan auch macht. Und momentan wird er halt wieder schwächer. Das kann für den DAX natürlich gut sein. Und das ist das, was wir hier momentan sehen. Denn für diejenigen, die das auch ausmessen, von der Größe her, wenn man mal sieht, was war Korrekturgröße gewesen, was war Korrektur gewesen, wo lief dann sozusagen der Markt hin. Wenn man das Thema mal nach unten nimmt und das hier ransetzt, hier drüben, dann sehen wir auch, wo ein möglicher mathematischer Zielbereich entsprechend auch ist. Wenn man mal annimmt, dass der Markt das, was er hier korrigiert hat, unten auch noch draufsetzt, dann sind wir nämlich schon wieder in diesem Bereich hier unten. Also Sie sehen, der Euro, der lädt auch ein zum Traden. Wir müssen einfach das Timing gut gestalten und dann geht das Ganze sehr, sehr schön auch mit vonstatten. Also das zum Euro, US-Dollar. Und damit würde ich sagen, gehen wir mal in die Indizes rein. Wir fangen mal mit dem DAX an. Der DAX, der hat ja gemacht, was so ein Abwärtstrend halt macht. Er lief nach unten, hat korrigiert. Wir haben ja diesen großen Bruch, dieser Neckline, dieser Nackenlinie, dieser großen Schulterkopf-Schulterformation gehabt. Ich gehe mal kurz in die Woche hier oben Schulterkopf-Schulter. Also ich zeige es nochmal kurz ein. Schulterkopf und hier drüben die weitere Schulter. Und das als Nackenlinie. Da sind wir drunter gelaufen. Und ich hatte ja in der letzten Woche schon gesagt, häufig ist es so, dass es nach so einem Schub nach unten, wenn es so lange gebraucht hat, bis der Markt diese entsprechende Formation auch gegeben hat und diese Formation auch nach unten getriggert hat, dann hat das zwei Dinge. Das Ding Nummer 1 ist folgendes. Wenn das nach unten durchschritten wird, auf so langer, großer Zeitebene, das hat natürlich Potenzial nach unten. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Also da liegen dann tatsächlich die Zonen hier unten, wo der Markt hinlaufen kann. Wir sehen es ja hier. In diesem Bereich ist erst einmal problemlos möglich. Zwischenbereich haben wir hier liegen. In diesem Bereich. Das sind mal so die Marken, wo wir ohne weiteres ranlaufen können. Das heißt, ich lege mal ganz kurz noch die entsprechenden kleinen Augenblick. Das will ich ein Stückchen rüber schieben. Ich packe mal kurz hier noch die Zahlen mit rein für Sie, damit wir das auch sehen können. Das ist rot. Das macht sich auf rot ziemlich schlecht. Das machen wir mal schön in schwarz. Also das heißt, die Zahlenbereiche hier ganz grob. Und das bitte auch nur als Anhaltspunkte verstehen. Bitte hier wieder nicht festnageln, dass man sagt, hier okay, genau an diesem Punkt muss man drehen. Also das hier sind ungefähr 10.800 und dann haben wir hier an dieser Stelle noch ungefähr 11.300, 11.400 in diesem Bereich. Das sind mal Marken, die stehen jetzt nach unten definitiv offen, wenn der Bruch nach unten weitergeht. Das ist mal das Potenzial, was sich erst einmal aus dem Bruch dieser Schulterkopf-Schulterformation über diesen großen langen Zeitrahmen auch mitgibt. Das ist das eine. Schauen wir wieder zurück in den Tagesschart. Und im Tagesschart sehen wir jetzt halt hier an dieser Stelle den Markt an diesem Punkt hier. Ich nehme mal kurz diese Zeichnungen hier raus und auch diese aktuellen Anzeigen. Sie können das übrigens rausnehmen hier, indem Sie BIT und BA hier anklicken. Und dann kriegen Sie diese Anzeigen entsprechend aus dem Markt auch raus. Wir haben jetzt hier einen Abwärtstrand, der ein Signal gegeben hat. Hier gab es nochmal die Korrektur und fast mit mathematischer Präzision hat er hier oben wieder rumgedreht, hat das erste Verkaufssignal hier entsprechend generiert in diesem Markt und fährt das jetzt nach unten. Und hier an der Stelle, hier kommt es jetzt wirklich darauf an, was der Markt im Weitergang macht. Ja, wir können jetzt hier einen Doppelboden finden. Das heißt, der Markt läuft hier ran, macht kein tieferes Tief. Das wäre ein positives Zeichen. Und wenn er kein tieferes Tief macht und dann nach oben läuft, dann müssen wir hier drüber laufen. Also über dieses Hoch hier, über diese Linie drüber. Und dann brauchen wir hier den Weg Richtung Hoch der 12.000-Punkte-Marke. Und wenn wir uns da oben stabilisieren, aus meiner Erfahrung heraus, wäre das doch wirklich ein gutes Zeichen, wenn wir da drüber eine Stabilisierung bringen. Und das würde dann tatsächlich das Potenzial auch bringen, dass wir ein Stück weit höher laufen können, dass also die sogenannte Jahresendrallye hier an Fahrt aufnimmt. Dazu brauchen wir allerdings die Dynamik. Ich habe mich ein bisschen gefreut, dass der Markt nicht gleich hier v-förmig nach oben geschoben ist, weil ja, dann wäre die Nachhaltigkeit ein bisschen abhanden gekommen. Also sozusagen die Frage, na wieso schießt denn der Markt einfach so wieder nach oben? Es war ja wenig Zeit zum Überlegen, ist das vielleicht nur technisch bedingt? Und dann gehen die technischen Trader, die das Ganze nur zur Gewinnmitnahme gemacht haben, wieder raus. Also wenn man einen Doppelboden hat oder eine W-Formation oder eine U-Formation, wie auch immer, was der Markt hier macht. Jetzt könnte es eher erst einmal ein Doppelboden wenigstens werden. Das wäre dann schon interessant zu sehen, weil dann sieht man, der Markt hat auch Zeit zu überlegen. Hier sind es nicht nur Maschinen, die loskloppen. Und das wäre dann doch deutlich entspannter zu sehen. Und das wäre dann doch ein deutlich besseres Boden für einen weiteren Schub hier nach oben. Also interessant zu sehen, was jetzt hier passiert. Rauscht der Markt durch. Wie schon gesagt, ich hatte Ihnen die beiden Anlaufmarken gesagt auf der Unterseite. Also wenn wir direkt hier drunter weiterlaufen, das wäre ein schlechtes Zeichen, weil dann hätten wir sozusagen hier diesen Trend als Weiterbewegung. Das heißt, da hatten wir eine Korrektur, dann die nächste Bewegung. Das heißt, Fortsetzung einfach dieses Musters. Und das kann uns dann durchaus schon deutlich hier nach unten führen. Schauen wir jetzt mal in die US-Märkte entsprechend rein. Schauen wir mal mit dem Dow Jones hier an dieser Stelle auch mit an. Wir sehen hier, was ich auch beim letzten Mal gesagt habe, also die Argumentationsweise hier, die Argumentationsweisen an sich sind ähnlich, weil es halt das Marktverhalten ist, was wir momentan sehen. Und auch die technisch bedingten Sachen, wie sowas abläuft. Das ist halt immer entsprechend das Gleiche. Von der Seite her hoffe ich, ich langweile Sie damit nicht, aber es ist halt wichtig, dass man solche Sachen sieht. Hier genau das gleiche Spiel. Wenn wir uns das Ganze mal auf Wochenbasis anschauen, dann sehen wir halt hier einen intakten Trend auf Wochenbasis. Der ist hier sehr, sehr weit gelaufen und hat jetzt einfach mal nur tief korrigiert. Das sehe ich als sehr, sehr positiv an, weil jetzt natürlich das uns in die Lage versetzt aus der tiefen Korrektur dieses Trends, der hier gelaufen ist. Also hier, ich zeichne Ihnen den Trend mal kurz ein. Ach, das ist immer so ein bisschen gruselig, wenn hier noch so viele Zeichnungen drinnen sind. Wir müssen das mal an die Entwickler weitergeben. Bitte macht den Metadreter mal ein bisschen schöner, dass man das in den Charts speichert für die einzelnen Instrumente und nicht immer in den Chart, wo man alles anzeigt. So, also was haben wir hier? Wir haben hier die Situation, wir hatten die Bewegung, wir hatten die Korrektur nach unten und dann hatten wir entsprechend den Schub nach oben mitgegeben. Das heißt hier nach oben raus und jetzt sehen wir, dass das Teil einfach sehr, sehr weit in der Bewegung steht. Und hier haben wir so einen leichten Boden gefunden, wo der Markt seinen Tiefbereich auch hatte von diesem Rückgang. Und das ist jetzt interessant, was der Markt hier macht. Bis in der Vergangenheit hat er es ja häufig gemacht. Er hat einfach nur tief korrigiert und ist danach wieder nach oben geschnäpst. Wenn wir uns das mal anschauen, mal gucken, ob ich hier ein gutes Beispiel finde. Sowas ähnliches wie hier. Also einfach Korrektur runter, hier diesen Trend gebrochen, Schub runter und dann den Schub einfach wieder nach oben aufgenommen. Das ist hier in der Situation ja etwas, wo man einfach sagen kann, das ist nicht ganz so nachhaltig. Nachhaltiger ist das, wenn das Ganze auf mehreren Beinen steht. Das heißt sowas, wie wir hier beispielsweise sehen, einen starken Rückgang, nochmal einen Hochgang, nochmal einen Rückgang. Hier in diesem Bereich das zweite Bein ausgebaut und dann den Schub nach oben. Sowas stelle ich mir, wenn ich mir was wünschen darf, jetzt auch vor. Und aktuell scheint der Markt sowas auch vorzubereiten. Wir wissen es noch nicht. Wir sehen halt momentan einfach nur, dass es hier diesen Schub nach oben gab und jetzt den Schub nach unten. Und das ist jetzt das Interessante. Wenn es hier an dieser Stelle heraus das zweite Bein gibt, das heißt, dass der Markt hier, ich mache das mal kurz noch ein Stückchen größer, dass der Markt uns gesagt hat, okay, hier haben wir das erste Bein in dieser Richtung. So, ich muss das mal kurz in einer anderen Farbe machen, damit wir das besser erkennen können. Das ist also das erste Bein an dieser Stelle. Und jetzt vielleicht hier das zweite Bein. Das heißt hier nach unten nochmal laufen und kein tieferes Tief zu machen, sondern dann nach oben rauf zu gehen. Was haben wir dann? Zum einen haben wir dann diese typische kleine W-Formation, zum anderen haben wir untergeordneten Aufwärtstrenden. Und das ist doch ein schöneres Zeichen. Und das wäre eine gute Ausgangslage für weiter steigende Kurse, die dann uns sozusagen nach oben hin ins Jahresende auch begleiten können. Das heißt, das was wir dann haben hier, das wäre eine kaufbare Korrektur, die wir hier in diesem Markt sehen. Und diese Korrektur kann man dann wirklich nutzen, um schön in die Long-Richtung entsprechend nach oben auch zu traden. Also das mal hier im DAO entsprechend auch mit eingezeichnet. So, das nehme ich jetzt mal ganz kurz raus. Und dann schauen wir uns mal den S&P 500 an, als größten Index hier in den USA. Und da sehen wir in etwa das gleiche Bild. Also Sie sehen, das Verhalten der Marktteilnehmer ist da wirklich auch sehr, sehr identisch. Und da, ich sage mal so, da brauche ich gar nicht viel zu zu sagen. Das heißt, wir haben jetzt hier an dieser Stelle ähnliche Situationen wie im DAO. Wir haben den Schub nach unten gehabt. Hier unten. Diese Marke ist jetzt halt hier unten wichtig. Dieser Bereich hier, der ist halt immens wichtig. Das war so ein bisschen auch ein Drehpunkt. Hier so die Marke von, zack, hier unten rein. Jetzt können wir es wieder nicht lesen. Was haben wir? Knapp 2700 Punkte. Also die 2700 Punkte Marke ist hier interessant. Und jetzt ist es halt hier auch genau das Gleiche. Wir hatten hier schön die Korrektur des Ganzen, den Schub jetzt nach unten. Und jetzt kommt es halt wirklich auch darauf an. Nach unten hin kann noch ein bisschen was gehen. Und dann den Schub nach oben. Das wäre dann auch wieder so eine Korrektur, die auf zwei Beinen stehen würde. Und der Schub nach oben würde uns dann halt hier in einen untergeordneten Aufwärtstrend bringen. Und das wäre eine sehr, sehr schöne Ausgangslage. Und ein ähnliches Bild sehen wir hier entsprechend auch im technologielastischen Index. Also Sie merken schon, vom Prinzip her ist es immer, immer das Gleiche, was wir hier machen. Also wir haben hier unten in diesem Bereich sozusagen, schauen wir mal hier, das Tief, diesen Tiefbereich, wo der Markt deutlich herangelaufen ist. Wenn wir uns das mal auf der Woche anschauen, sehen wir eine schöne tiefgelaufene Korrektur. Und die läuft jetzt einfach mit nach oben. Und das ist das, was von Vorteil ist. Wenn der Markt jetzt wieder rumdreht, dann zeigt er uns, der Tag geht wieder hoch. Die Woche nimmt ihre Bewegung in Richtung des übergeordneten Trends wieder auf. Und dann haben wir alles, was wir brauchen für eine schöne Aufwärtsbewegung am Markt. Aber kommt hier kein Doppelbein zustande, sondern der Markt rauscht hier unten drunter. Dann, wenn wir mal nach hinten gucken, haben wir natürlich deutliches Abwärtspotenzial. Und das würde die Lage dann auch deutlich einschränken. Das heißt hier, Anlaufpunkte auf der Unterseite, die hätten wir dann hier in dem Bereich. Schauen wir mal hier, haben wir die erste Anlaufmarke, dieser Bereich hier. In etwa bei, was haben wir, ungefähr 6.800 Punkten. Und dann hier, schauen wir die Schübe nach unten. 6.5, was haben wir hier? 6.4 und hier unten 6.3. Das wären tatsächlich Marken. Die könnte dieser Schub deutlich noch mit nach unten nehmen. Das würde dann etwas ungünstiger ausschauen. Schauen wir uns das Ganze mal in der Woche an. Heißt hier, war der große Schub nach oben. Korrektur tief haben wir hier unten in diesem Bereich bei knapp 6.300. Das wäre mal ein Zeichen. Das wäre eine sehr, sehr tiefe Korrektur. Nur da kommt dann von jetzt an dieser Stelle halt noch deutlich mehr nach unten hin. Und da muss man sich dann schon ein bisschen wärmer anziehen, um das Ganze zu machen. Aber nichtsdestotrotz, dann haben wir in dem Tag schön einen Abwärtstrend. Und der Abwärtstrend, der hilft uns ja dann auch mit den Handelsentscheidungen. Dann handeln wir halt nach unten. Nur für die Planung her sollte man solche Sachen mit dem Umdrehformationen entsprechend auch mit dem Kopf haben. So, das also hier zur Einschätzung der aktuellen Lage der großen Indizes an der Stelle. Und ich würde jetzt hier, wie jede Woche Freitag, technisch einen kleinen Cut machen. Das Webinar läuft hier weiter. Ich mache nur die Aufnahme für den edukativen Teil, dass Sie sich das dann im Nachgang auch ganz normal wieder anschauen können. Also, ich bin sofort wieder mit Bild und Ton bei Ihnen zurück, um die edukativen Geschichten jetzt miteinander zu besprechen.